So, neuer Teil, neues Glück. Probieren wir es mal. Ich quatsche jetzt nochmal mit der, das gibt es ja nicht hier. Irgendwie müssen wir das doch mal hinkriegen und ich glaube, dass hier der Schalüssel dazu ist. Na komm, schwimm, schwimm, schwimm. Und wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Und wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Na? Geht doch. Die Olle soll mal hier so einen blöden Trank oder Pulver oder was auch immer rausrücken. Ja, ich wieder, weißt du. Ja, ich kann das immer noch. Ja, schön. Ja, hier, mich interessiert die Voodoo-Puppe nicht mehr. Ja, das war sehr gut, nicht wahr? Ich habe immer noch die Schalte. Und über diese Voodoo-Puppe? Ja, das war sehr gut, nicht wahr? Ich habe immer noch die Schalte. Und über diese Voodoo-Puppe? Ich will doch bloß diese Asche zum Leben erwecken. Das wird die doch wohl hinkriegen. Also... Ähm, benutze Asche. Benutze Voodoo-Puppe mit... Was? Ich glaube, Largo ist aus der Voodoo-Puppe für heute. Benutze Voodoo-Puppe mit... Asche. Ich glaube, Largo ist aus der Voodoo-Puppe für heute. Benutze Piraten mit Benutze Big Whoop mit ein Dorftepp echtes gibt es nicht vorführenden Flaschen können wir da was nehmen um sie zu handeln und irgendwie sie sind gross, sie sind unlabeled Ash to life, die uncreemating Creme Hey, das ist nur ein Displaymodell Ich habe hier ein echtes Essen Das ist eine meiner sehr starken Potionen die die Mütte zurückzubringen Ich nehme das Es gibt einige Komplikationen Es arbeitet nur an Ashes und die Resurrecke ist nur temporär Plus, du musst mir eine Sampele von Ashes bringen bevor ich dich ein Batsch Ich habe die Ashes bringen von jemandem, die ich geregelt hätte genau hier Bring sie mir Jetzt gibt es nur ein kleines Problem Ich habe die Rezepte vergessen Was? Es ist ein langer Zeit Ich habe das Kuchen nicht mehr Ich habe ein Buch von Voodoo Rezepten Gut Wie viele Krab-Skalten haben wir Ich habe die Rezepte Gut Das ist nur was ich dachte als ich dieses experimentale Batsch Danke Erinnere mich Erinnere mich Erinnere mich Erinnere mich Und ich habe mich doch noch ein bisschen dran erinnert Ähm Scheinbar habe ich es doch mal durchgespielt Hm Okay Dann Ab in 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 die Kruft Genau Dann schauen wir mal was er uns zum Sorgen hat Hier Benute Wo haben wir den Pfefferstreuer? Da Auf Sarg Die wird jetzt wahrscheinlich nicht gehen Doch Geht sogar Guck her Boah Boah Puh Das war ein knappes Wenn ich nicht mein flam-resistentes Apern hatte hätte ich getötet Ja Sicherheit geht vor Du bist aber tot Ähm Du bist nur noch ein Häufchen Asche Kalt wie das Mördergessen von gestern Kalt wie das Mördergessen von gestern Ähm Noch rasch Krieg und Frieden zu Ende lesen Ähm Erwähnt dich dass ich Big Whoop suche? Ich nehme das Geheimnis von mir in meinem Restaurant Das macht mich verrückt Ähm Erwähnt dich dass ich Big Whoop suche? Kann ich sagen dass ich mich für Big Whoop suche? Big Whoop? Hehehehe Hehehehe Ich nehme das Geheimnis von mir zu meinem Haus Ähm Oh du hast es gleich bei dir? Prima Oh du hast es gleich bei dir? Prima Du kannst meine Partie auf dem Mördergessen von Big Whoop Du kannst nur mit mir einen Geheimnis von gestern Ähm Du kannst die Garten auf meinem Weeniehut für mich Ähm Was kümmert es dich? Du bist doch tot Ähm Gib mir die Karte dann schaue ich nach dem Gas Ähm Gib mir die Karte dann schaue ich nach dem Gas Gib mir die Karte dann schaue ich nach dem Gas Gib mir die Karte und ich zeige dir das Gas für dich Gib mir die Karte dann schaue ich nach dem Gas Gib mir die Karte dann schaue ich nach dem Gas Gib mir die Karte und ich zeige dir das Gas für dich Check die Karte und ich zeige dir das Gas für dich Das blöde ist er ist ja schon tot Er hat ja keine Zeit mehr zum verlieren Also ja gut ich schaue mir nach Klar ich schaue es nach Danke Hier ist der Schlüssel Oh ein Geisterschlüssel Okay Dann Ab hier schnell bevor hier die Hütte abfackelt Ähm War ein scherlechter Scherz ich weiß Aber naja Ist grad nix bestes eingefallen So Dann Da Nuff zum Stand Bom 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 Dann hier auch rechts Und dann hier Chalusel Wo haben wir ein Chalusel? Da ist der Chalusel Zur Würstchenbude Okay Ich möchte jetzt nicht wissen wie lange der schon tot ist Dass trotzdem der Gasherd Äh Gasherd Brennt Mal abgesehen davon Dass die Gas haben Pfff War sie schön ausschauen? War ich nicht ehrlich? War ich nicht ehrlich? Okay Ja gut Das war's dann scheinbar schon Hier so drin Dann Wie so häufig Mal wieder Zecktausend Mal hier und herren Ins Grab Dann hoffen wir mal Dass wir den vierten Teil der Karte kriegen Dass wir dann endlich mal ein gutes 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 Stückchen vorangekommen sind So ab in die Gruft So dann hier zum Sarg Reingucken Du 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 Oh Ähm Hallo Oh Sieht wie menschliche Asche Müssen wir jetzt hier das Ding da wieder benutzen Da so da drauf Ja Oh Muss ich mir den Schmarrn echt zweimal antun hier Wow Ähm Du hattest recht das Gas war an I turned it off Thanks I guess where I'm going I won't need this map anyway Genau Buh Thanks Now I can rest in the folds of the earth Like a steaming weenie in a soft fresh bun Ich kriege Hunger So ein frisches leckeres Hotdog Oh Das wäre jetzt echt was So richtig schön viel Senf Essiggurken Röstzwiebeln Ketchup Und Senf Und Oh Da könnte ich mich jetzt reinlegen Ähm Wir haben jetzt die Kartenteile Dann ab zu Wally Vielleicht kann der ja damit was anfangen Nachdem wir ihm ja schon die erste Karte gegeben haben Und dann die Anderen drei Teile Und er immer wieder gesagt habe Komm erst wieder wenn du alle hast Gehen wir jetzt direkt zu Wally Der letzte räumt die Erde auf So Hallo Guck mal was ich habe Ja Ja Hm Sehr interessant Kannst du das alles zusammen in eine Map für mich? Ich mache es für dich, wenn du für mich steckst Gehe nach dem internationalen Haus der Mojo Und frage dir nach meinem Liebesdrang Und frage dir nach meinem Liebesdrang Okay Ich versuche das für dich zu haben, wenn du zurückkommst Für wen einen Liebesdrang? Ähm Habe ich da was nicht mitgekriegt? Ist hier überhaupt eine Frau auf der Insel? Was für ein Liebesdrang In wen hat der sich bitteschön verschossen? Gibt ja eigentlich bloß zwei Frauen in dem Spiel, die ich bis jetzt gesehen habe Die auch aktiv mitgemacht haben Aktiv, ja Das kann man jetzt wieder sehen, wie man will Ähm Muss ich jetzt hier echt so einen Botengang erledigen? Dafür, dass der die Ehre hat, unsere heiligen vier Kartenteile anzugucken Wo wir jetzt geschlagene fünf Stunden dafür benötigt haben, die Karten zu suchen Ja, zwangsläufig Äh, Wally schickt mich was abzuholen 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 Und nicht nur eins oder zwei oder drei Na komm, es geht hier um Leben und Tod, komm Ähm Ja, ist ja klar Kiste Ähm Öffnen Reingucken Ähm Können wir da was benutzen? Ich glaube, dass hier etwas bewegt ist Ich glaube, dass hier etwas bewegt ist Hey Rich Ich könnte sicher eine Hand mit diesem Ähm Sieht wie eine andere Box von live Snakes Sieht wie es auch Well, let's get it on the truck Part 3 LeChucks Festung Ist ja eigentlich auch ein schickes Bild Muss ich jetzt mal so sagen In the small crate of voodoo supplies That would be his home for the next five days and nights Guybrush is forced to eat bat lungs And eelbladders to stay alive Ich fühl mich dann auch erstmal In Italy, Guybrush und der Rest des slitheringen Gargots Are delivered to the very doorstep Of the Caribbean's most fersome villain Living or dead The Ghost Pirate LeChuck Ah LeChucks crate of voodoo supplies You know We usually don't deliver out this far And You guys fucking for a tip Well We figured since Well you figured raw LeChuck don't tip nobody Gee What a butt I hate snakes Ich würde jetzt erstmal so Dermaßen zum Durch den Kopf gehen lassen gehen Ähm Ähm Ja Wo müssen wir denn jetzt hin Ähm Puh Hier links Da So Weißt du Hallo Ah Erinnert mich ja gerade irgendwie so ein bisschen an der Herr der Ringe Bis auf die Kiste Ähm Schild aus Sperrholz Nice Angucken Nice Kaputtes Schild Nice Großes Schild Hölzerne Schild Einfach altes Schild Hinterer Tunnel Ach Ach Gott Das hat doch auch irgendeine Bedeutung gehabt Das hat doch auch irgendeine Bedeutung Lukas Können wir das Ding drücken Ach man Das ist ein Indianer Jones Like Okay Da geht das auch nicht hin Drücke Auch nicht Dann nehmen wir das zweite Drücken Auch nicht Dann Nehmen wir Nummero Drei Hm Gibt's da noch mehr? Ähm Hier sind wir glaube ich vorhin schon mal rausgekommen Wurscht wir drücken da jetzt nochmal drauf Okay Halt Das sind doch andere oder? Ja Das sind andere Dann drücken wir mal das Ding Nein Ja irgendwie hier so kommen wir da nicht weiter Haben wir schon mal gucken Och Ich hasse Geheimgänge Gefängnis Schalüsselloch Haben wir hier sonst noch was? Ähm Guck mal da rein Ja Alles klar Die Karte, Wally. Was ist mit der Karte? So, mal kurz den Karte mal.